Es gibt Leute, die kümmern sich den ganzen Tag nur um die Geldanlage. Anleger, die ständig den Markt beobachten und handeln, brauchen viel Zeit. Das kann man mögen, muss man aber nicht. Also, wenn du dich nicht täglich kümmern möchtest, dann lass die Profis für dich arbeiten und leg dein Geld langfristig in Fonds oder ETFs an. Die sind breit gestreut und brauchen weniger Aufmerksamkeit. Richtig relaxed wird es, wenn du zum Beispiel für einen weltweit in Aktien investierten Fonds oder ETF einen Sparplan machst. Bequemer geht das nicht. Klar, Anfänger brauchen etwas länger, um die passenden Fonds oder ETFs zu finden. Und ganz wichtig, alle sollten sich immer gut informieren, bevor sie investieren. Aber es gibt gute Tools und Infos, zum Beispiel auf Investitionsplattformen. Damit findest du dich schnell zurecht. Leg in Fonds und ETFs an und zwar langfristig. Und ohne viel Aufwand brauchst du dein Vermögen auf.